und damit ein herzliches willkommen zu einem neuen youtube video hier auf meinem kanal und heute wie man es vielleicht schon sieht sind wir heute wieder in unserer karriere drin und zwar mit dem fc youtube und heute werden wir direkt mal unser erstes spiel spielen das erste spiel ist glaube ich direkt gegen vfb stuttgart habe ich vorhin gesehen und ja ich habe schon direkt ein team gemacht alle mindestens über 80 und das ist auch das beste was man so zusammen bekommen hat wie gesagt am transfer budget haben wir 100 millionen und so und ja so wir sind jetzt hier im spiel gegen den vfb stuttgart in stuttgart sogar und ja da würde ich sagen wir haben anschluss so jetzt noch mal eine chance mit weber und ich war leider nichts so jetzt schubert noch mal schubert und da steht er in der mitte und das ist das erste tor mit unserem fc youtube hier in dieser karriere hoffmann ist der mit der nummer 10 der das tor macht schönes ding so faule so der steht einfach komplett frei ich weiß nicht warum dann spiel ich dir natürlich und direkt das nächste vor was ist denn hier los was ist los ach der hat das ist ja der von gerade direkt zum glück gehalten so jetzt auf einem auf jeden fall berger und der schieß und tor wie macht der den denn rein schönes ding so jetzt noch mal berger hier berger noch mal spielt ab und da steht weiß und das ist das 3 zu 0 was ist denn los hier und der bauch rutscher 3 zu 0 in die pause das ist gut ja so wir sind in der zweiten halbzeit drin die vfb stuttgart haben anstoß und dann geht jetzt jetzt hier noch mal berger der torwart kam kommt raus den hätte ich lupfen müssen so jetzt noch mal berger seine vierte chance das vierte kommt zum schluss und da ist das tor berger mit dem 4 zu 0 und der ball hat einfach mal drauf aber müller hat so jetzt noch mal die letzte ballaktion hier für uns könnte das noch mal auch werden und berger der holt sich hier jetzt auch den ball aber verliert den ball leider gegen den torwart und das war auch die letzte aktion der schiedsrichter pfeift hier dieses spiel ab und damit pfeife ich auch quasi dieses video hier das heißt ich werde dieses video für heute ich hoffe es hat euch gefallen lasst auf jeden fall ein like da und dann würde ich sagen sehen wir uns wenn es wieder heißt ein neues video auf der zweiten halbzeit